Hier, für die Kasse. Ja, danke. Ja, ist dir verdient. Kauf dir ein Eis davon. Botschaft kam an. So. Und ab zum Friedhof. Da kannst du mir nichts erzählen. Weil die Sache ist, da oben, nee, nee, mach es nicht freiwillig, auf keinen Fall. Das ist definitiv auf dem Friedhof. Ja, ich glaube ja schon. Ganz ruhig. Charlylu. Hättest du mir nicht den Weg zeigen müssen? Ich will noch mal gucken, ob die Musik da ist. Ach man, das finde ich echt schade. Die ich mir liebend gern, auch wenn... Ich weiß, es hätte auf YouTube entweder irgendeine Urheberrechtsverletzung gegeben. Aber, das wäre sehr nett gewesen. Scheiß, dass die Werbeinnahmen, ganz ehrlich. Wenn dann irgendwann mal was kommen würde. So. Jawoll. Hier ist der letzte Riss, das weiß ich doch. Oder auch nicht. Hä? Hä? Ich bin verwirrt. Hä? Wo ist der letzte Riss? Okay. Hallo Mama, wo ist der letzte Riss? Ist doch nicht auf dem Friedhof. Oh, war ich hier schon dran? Äh. Ja. Hi. Oh Gott, was ist das denn? Schrecklich. So würde ich nicht leben wollen. Hä? Ist hier geradeaus? Weil er aber, als ich hier war, hat er mich nach links geführt. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Was ist das? Hä? Wie lädt? Ja, das ist so ein kleiner Bug. Wenn ich von hier, von geradeaus, also wenn ich da rückwärts gehe, dann muss er mal laden. Deckung? Du, du, du? Hä? Der will mich doch verarschen. Wo geht's lang? Hallo? Okay. Und jetzt? Äh, wo? Hä? Ich check's nicht. Da dann. Obwohl, warte mal, hier? Vielleicht? Nee, oder? Hier drinnen? Oh. Hast du das öffnen? Das wird nicht mehr gauern. Der war hier drin. Bitteschön? Bitteschön. Äh. Okay. Okay. Ich lese. Erstmal kurz umgucken, ob der noch irgendwas anderes ist, aber scheint nicht so. Aber Sie sind doch tot. Ich hab die Laichenfotos gemacht. Ja, und sie war ein kompletter Pusch. Man erwartet nicht, dass ein Foto der albine Leiche so vollkommen leblos wirkt. Gehre zum Tor von Comstock zurück? Okay. Lausche. Anscheinend ist es eine 80. 60 von 80 haben wir jetzt. Toll. Ich hatte schon Hoffnung. Jetzt ist es zum Tor zurück. Okay. Ist das Tor direkt hier gewesen? Vorball. Ja, ganz ruhig. Ich hoffe, das ist richtig. Das ist falsch. Wohin fühlen mich die Fußspuren. Die Fußspuren verarschen mich. Das gesamte Spiel verarscht mich. So. Jetzt mach ich mein Ding. Ich kann es wissen. Komm mal mit. War bei Geist. Geist bei Fuß. Geist bei Fuß. Allerdings, jetzt kommt die Fußspuren nicht mehr. Hätte ich doch andere Richtung laufen müssen. Was? Die Lutesses. Und jeder, der die Wahrheit kannte, wäre besser gleich mitgestorben. Ja. Ich bin gar nicht seine Tochter. Ich bin nur ein... Ein Testsubjekt, das man untersucht. Ja. Nein. Bist du nicht? Ich lese einfach mir zu. Was du durchgemacht hast, das hat niemand auf der Welt verdient. Bucke. Wir kommen hier weg, verstehst du? Und dann musst du nie wieder zurück. Die Lutess ist nicht meine Mutter. Du auch nicht. Er hat euch beide getrückt. Wegen hier. Ich hasse mich, weil ich nicht deine Tochter bin. Und ich hasse dich, weil du nicht meine Mutter warst. Lütze. Ach, mich schon wieder. Mach doch einfach dieses scheiß Tor auf. Wo ist denn dein scheiß Problem? Moment noch. Ja, danke. Nice. Genau. Geil. Das ist die beste. Ach ja, dann geht mal kurz her. Wir fl führen, wir fl führen, wir fl führen, wir. Wir fl nehmen, wir fl уст. Ja, wir fl comen nein. 션ner schon mal kurz. Oh Gott, das ist ein Fehler, dass ich es hier mache Oh ja Ich habe keine Wutung mehr Oh Gott Keine Wutung Ich hasse es, wenn ich keine Wutung habe Ich muss noch kurz weg Mit der Gera Tschüss Nice Get off Oh Gott, ich habe keinen Ja, danke Du bist die Beste Ich habe keine Salze Ich habe keine Salze Hast du mal ein bisschen Salze Ein bisschen Salzer Oh Gott Oh Gott Ja, ich habe sie gleich erledigt Ich bräuchte eine Salze, das wäre eine Idee Lapp, schneller nach Oh Gott Laufen Die Aufhöhung erlaubt Ich bin nicht tot, ich bin nicht tot Na dann Ja, ich bin nicht tot, ich bin nicht tot Ja Mach ich Komm her Ja, dann bleib stehen Hallo Äh Achso Ah, okay Ich schulde dir eine Entschuldigung Comstock benutzte mich, um dich zurückzuholen Aber ich wollte eine Version, die meinem eigenen Willst von dir entsprungen war Ich wurde gar vor, dich zu lieben Wie er es mit mir gemacht hatte Ich bin nicht der Bastard deines Mannes Ich bin sein Opfer Aber meine Tage als Opfer sind vorbei Wir müssen uns verzeihen Denn einer ist viel schlimmer als du oder wir Der Prophet hat mich getötet Weil du sein Geheimnis nicht wahren wolltest Über mich Denn das stimmt Warum lebe ich da? Du lebst nicht Nicht in dieser Welt Aber vielleicht bist du in einer anderen In der du ihn nie getroffen hast Oder ihn gerettet habe Ich weiß nicht Ist das möglich? Finde es heraus, Kind Finde es heraus Bocke Nein Ruhe In Frieden Wir müssen noch kurz zum Friedhof Kommt zu So Okay Die Waffe ist leer Ich habe zwei leere Waffen Falls du es nicht mitkriegst Besser als nichts Wissen Sie das? So Und zwar Maschinengewehr brauche ich nicht Das ist dementsprechend das Grab meiner Mutter Aber ich will zu dem Grab da oben noch hin Kann ich das jetzt öffnen? Ich kann das immer noch nicht öffnen Wieso kann ich das nicht öffnen? Ich will da rein Ich wollte da rein Verdammt Okay Dann würde ich mal sagen Gehen wir direkt weiter ins Comstockhaus Ne? Und ich bin gespannt Was ist da? Er wartet so Oh Gott Ich bin Wie oft habe ich gegen diesen Geist gekämpft? Viermal? Dreimal? Ich glaube zu gucken Ob der Riss noch da ist Ist das utopisch, ne? Was ist ja so geil Aber irgendwie Nur einmal ganz kurz Ich hätte ihn öffnen Konnte ich ihn eigentlich öffnen? Habe ich selber nicht gesehen Egal Kommen Und die Statue leuchtet Da wo ich hinfeuere Da wächst echt nichts mehr hin Los geht's Wenn wir bereit Sind bereit Kommt Kommt Der Chaos betreten Okay Ich dachte Wir sind in einem Haus drin Ich dachte wir sind in einem Haus drin Ich sehe doch was schönes Nee Können wir Oh Gott Ähm Aber groß muss aber Warum hast du so rote Augen? Au Das tat weh Der Lässt mich schon wieder Ähm Bringen sie uns die kleine Und täten sie die schuld Ähm Jetzt kriegt die Tür öffnen Bringen sie uns das Mädchen Und tilgen sie die schuld Sie hat ein anderes Halsband Warum Die beiden meine Auftrag Ich dachte die sind Leben wir eigentlich in einer anderen Dimension Oder Ich verstehe gar nichts mehr Außerdem das hier ist schon lange her Das ist eine Waffe Schieße ab Ich muss hier raus Ähm Wenn ich mir recht überlege Ich möchte jetzt zurück Ja Ist da jemand aggressiv Ja klar Hallo Nein 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 Okay jetzt reicht's Okay jetzt reicht's Niemand steht mir mal Mädchen Klar er fliegt Was mach ich Oh ja Das ist super Was mach ich denn hier Komm Der Der verarscht mich Gut Das wird nur schief gehen 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 Ich lasse nicht zu Das wird nur schief gehen Ich lasse nicht mehr Das wird nur schief gehen Okay